Oh, da ist gerade irgendwo was gecrasht worden. Und ich habe erstmal mega Verbremser gehabt. Dieser Wichser, der kennt, ey. Der soll mal stürzen oder so, ey. Dann kriegen wir ja auch nicht zum Sturz, ne. Willkommen zurück, meine Freunde. Bei einer neuen Folge von Let's Play. MotoGP 2015. Philipp Island sagt mir, was die Strecke. Gucken wir uns an. Das ist die nächste Strecke. Wir fliegen also von Japan nach Australien. Okay, nach Australien. Alles klar. Los geht's. Rennen starten. Hallo und willkommen auf Philipp Island in Australien. Die Techniker und Fahrer machen sich schon bereit. Denn das Qualifying startet in wenigen Minuten. Die Wetteraussichten sind hervorragend. Die Fahrer und Teams können sich also in der Vorbereitung zum Rennen ganz auf die persönlichen Feinheiten und Geschmäcker konzentrieren. Ich bin mal gespannt auf die Strecke, Freunde. Die Strecke sagt mir was, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die jetzt wirklich beherrsche. Das werden wir aber, denke ich mal, relativ schnell herausfinden. Wir werden unser Motorrad jetzt bis zum, ja, das ist jetzt, das war's. Das Motorrad ist auf jeden Fall jetzt vollständig geupgradet. Was das bringt, werden wir sehen. Im Qualifying, ja, zunächst im Qualifying. Ja, jetzt endlich mal, oh, das ist aber eine kurze Strecke. Okay, die Strecke war ja auch irgendwie 1,30 irgendwas. Und dass das jetzt mal gegen den Uhrzeuger sind, das ist jetzt mal auch immer interessant, ja. So, die erste Kurve ist eine Rechtskurve. Dann muss ich mal schnell mal nach links gehen. Scheint eine schnelle Rechtskurve zu sein, ja. Oh, die Strecke gefällt mir jetzt schon. Wo ich gerade mal eine Kurve gefahren bin. Letztes Rennen war natürlich sehr traurig, ey. Ich hatte echt mir den Sieg erhofft. Leider nix. Aber hier sind eher so schnelle, geschmeidige Kurven. Und nicht so, wie es in letzter Zeit immer so öfter war. So langsame und dreckige Kurven. Und, ach, ne. Ich bin mal gespannt auf die Strecke. Ich bin auch gespannt auf das Qualifying, was wir da rausreißen können. Ah, jetzt natürlich viel schneller beschleunigen können. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil dann haben wir jetzt, eine gute Ausgangsposition für diese linke Kurve hier. So, ich muss noch ein bisschen mal ein Auge auf die Strecke werfen hier. Weil, wie gesagt, die so aus dem Kopf sagt mir die nix. Auch erstmal ein Gefühl für die Strecke kriegen, damit man ungefähr weiß, wo man Vollgas fahren kann, wo man bremsen muss. Hier kommt jetzt die zweite Zwischenzeit. Und dann geht es hier scharf nach rechts. Wow, okay, okay, okay. Sehr miese Kurve. Sehr fies, die Kurve, Freunde. Und nochmal eine langgezogene, eigentlich ist das eine riesenlange Hohanal-Kurve. Oder einfach zwei langgezogene Linkskurven. Kurz vor Start und Ziel. So, oh. Oh, da musste ich echt aufpassen, ey. Bin gespannt. Wir fahren erstmal die Runde zu Ende. Und dann werden wir natürlich wieder die Zeit vorspulen. 1,38, Freunde. Wir haben, glaube ich, sogar noch irgendwas bekommen. So, jetzt geht es wieder mit F4, wie wir uns langsam mit gemerkt haben. Wow. Gucken wir jetzt so lange vor, bis da was passiert. Nö, das ist scha- Ey, wir haben direkt, direkt eine, ey, Dreckpol gefahren mit einer Runde. Die Qualifying-Session ist soeben beendet. Während die Fahrer in die Boxen zurückkehren, Ah, komm. Palabernicht. Palabernicht, Palabernicht. Wir werden jetzt direkt das Rennen starten, weil, wow. Also, ich habe eigentlich auch ein paar Fehler gemacht, aber, ja, egal. Finde ich gut. Da haben wir jetzt richtig gute Siegchancen, wenn wir uns nicht irgendwie total vermasseln. vermasseln und Wir begrüßen alle zugeschalteten Motorradsportfans Oh, nee. Guckt euch das Wetter an, Freunde. Scheiße. Trotz der dichten Wolkendecke sind die Streckenbedingungen gut und das Niederschlagsrisiko für heute ist eher gering. What? Da sieht aber alles andere schön aus, Freunde. Da sieht es verdammt dunkel aus, ey. Da war das Qualifying schöner, ey. Am Vortag. Da war noch schön sonnig. Es ist eher so trüb und das sieht so aus, ob es gleich regnet, ey. Gut. Start haben wir schon mal verkackt. Wie immer. Meistens jedenfalls. Kennt Oliviera, ey, die Säcke, ey. Ich muss dir diesmal jetzt knacken, die beiden, ey. Diesmal muss ich das schaffen, ey. Oh. Wow, was ein Manöver. Er ist nach außen, dann nach innen getrieben, ey. Bam. Oliviera geht vorbei. Ja, das ist sehr gut. Dann könnte er ihm vielleicht ein paar Punkte abnehmen. Oh, da ist gerade irgendwo was gecrasht worden. Oh, da ist gerade irgendwo was gecrasht worden. Und ich habe erstmal mega Verbremser gehabt. Dieser Wichser, der kennt, ey. Der soll mal stürzen oder so, ey. Dann kriegen wir ja auch nichts zum Sturz, ne. Wow, 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 wow. Das war knapp. Das glaube ich, gar nicht unsere Lieblingskurve, die jetzt nur einmal gefahren sind im Training. Ha, geil, Leute. Geil, geil, geil. Das wollte ich, ey. Genau das wollte ich, genau das wollte ich provozieren. Er kennt, ist gestürzt. Wie geil ist das denn, ey. Ich hoffe, der holt heute keine Punkte. Da haben wir vielleicht doch mal noch eine Chance. Wow, ey, geil, ey. Und wir haben mal mega Vorsprung, ey. Wahnsinn, ey. Ey, das ist mein Tag, ey. Das gefällt mir schon mal. Noch ein Datenpaket erhalten, wofür wir es gar nicht mehr brauchen. Wofür wir es nicht mehr benutzen können. Über 200 in die Kurve, ey. Kranke Scheiße. Oh Mann, ich glaube, es fängt gleich an zu regnen, ne. Das ist so geil, Leute. Es ist so geil. Endlich hat er sich mal auf die Schnauze gelegt, ey. Und dann noch von uns, ey. Ich fühle mich richtig gut, ey. Wie oft hat er uns schon auf den Boden geschickt, ey? Wie oft? Am Anfang haben wir ja dieses Replay-Funktion gar nicht benutzt, weil ich dachte mir so, komm, ey. Halten wir es relativ realistisch. Jetzt fahren wir im realistischen Schwierigkeitsgrad und brauchen die Replay-Funktion sehr oft. Manchmal zu oft. Aber wir fahren hier jetzt gerade ein souveränes Rennen, ne. Wupp. Gucken wir mal, ob wir uns vielleicht vom Feld irgendwie absetzen können. Das wäre ganz kön. Das wäre schön, Freunde. Boah, die Strecke gefällt mir. Ich sag doch, irgendwann hat man so ein Gefühl, dass man sagt, hey, die Strecke ist geil. Hey, die Strecke ist mies. Oder die Strecke ist richtig behindert, wie wir vor, glaube ich, zwei, drei Folgen gesehen haben. Das war eine Katastrophole. Ey, das war, ne. Wo wir ja noch den Test danach noch machen mussten. Boah. Das war nicht schön. Und guck mal hier, hier fahre ich vielleicht sogar Rundrekord. 1,36 war der. Ah, knapp verpasst. Boah, die Strecke macht richtig Laune, weil sie ist halt schnell und geschmeidig und nicht wie die. Ah, Mann. Manche Strecken sind einfach nur mies und scheiße. Ich würde jetzt gerne mal trotzdem wissen, welcher der Kent ist. Ich meine, da der gestürzt ist, müsste normalerweise ziemlich weit durchgereicht worden sein, normalerweise. Weil es war ja relativ am Anfang des Rennens und das Feld war ziemlich weit zusammen. Das heißt, er müsste sehr weit durchgereicht worden sein. Vielleicht ist er so 20. oder sowas. Wird mir voll in die Karten spielen. Das wird mir richtig in die Karten spielen, Freunde. So. Wir setzen uns ab, Freunde. Wir setzen uns langsam aber sicher ab. Ups, das darf ich nicht machen. Das ist eine blöde Kamera. In der Kurve so nach hinten zu gucken ist echt blöd. Lieber so. Boah, die Kurve, die ist mies. Die ist so schwer zu sehen, weil die hinter einer Kuppe ist, ey. So. Die Strecke macht richtig Fun, ey. Geile Strecke. Das liegt jetzt aber auch nicht daran, dass ich jetzt irgendwie Erster bin. Die macht einfach nur Laune, weil die Kurven sind so geschmeidig. Und nicht so, ah, wie, so abgehackt, ey. Das ist, nee, das ist einfach nix. Die Runde war aber auf jeden Fall deutlich schlechter als die davor. Und der Computer ist auch ein bisschen näher rangekommen, ehrlich gesagt. Wenn ich das irgendwie die Reifen nachlassen oder so. Das wäre scheiße. Weil das habe ich meistens irgendwie immer so zum Ende der Rennen. Am Anfang habe ich richtig guten Grip und alles. Und dann irgendwie kommen die immer alle näher. Beziehungsweise im letzten Rennen war das ja richtig blöd. Da haben wir ja voll viel Zeit verloren am Ende. Da konnten wir nicht mehr machen, obwohl wir am Anfang relativ gut mitkamen. Aber je später das Rennen wurde, je mehr rum wir gefahren sind, desto schlimmer wurde es dann mit den Reifen. Und dann ging gar nix mehr am Ende. Da habe ich gerade noch so den dritten Platz irgendwie aufs Treppchen geschafft. Das war... Oh, okay. Das war fast ein Sturz. Schade, wir sehen nicht, welcher Platz der kennt ist. Ich bin gleich gespannt, ey, wenn wir ins Ziel fahren. Ich hoffe als Erster. Welcher Platz der geworden ist. Normalerweise dürfte der in diesem Rennen keine Punkte holen. Wow, wow, okay. Erstmal mega gestürzt. Haha. Die sind auch direkt hinter uns, wie ihr seht. Diese eine Sekunde Vorsprung, das ist nicht viel. Machen ein, zwei Fehler, dann sind die dran, Freunde. Wie jetzt zum Beispiel. Ich glaube, die sind relativ nah dran gekommen. Gucken wir gleich mal. Ja. Sind näher. Und da sehe ich schon wieder ein... Ein... Ne, das kann doch nicht Kent sein. Jetzt mal ehrlich. Vazquez. Aber Kent ist vielleicht dritter. Navarro fährt Streckenrekord, ey. Ich gehe kaputt. Wow, wow, wow. Da komme ich sehr weit raus, ey. Da komme ich zu weit raus, ey. Ich glaube, dass er es nicht kennt. Der kennt doch auch immer so ein... Nein, nein, nein. Wir hatten eine Sekunde Vorsprung, ey. Wo ist die hin? Vazquez ist das? Okay. Ja, die Spannung wollte ich eigentlich nicht jetzt noch reinbringen. Oh, jetzt nehmen wir dem Kent noch... Bringen wir dem Kent noch Punkte, oder was, ey? So wollte ich das jetzt eigentlich nicht machen, ey. Bis zumal aus zwei Runden vor Schluss, ey. Verdammt und zugenäht. Ich hätte einfach Replay machen sollen, ey. Shit. Versuche hier innen anzubremsen. Oh, habe ich den nächsten auf die Bretter geschickt, ey. Das ist eigentlich nicht so gut, weil... Nicht, dass die wieder Punkte verlieren und der Kent kommt näher und holt Punkte. Das wäre scheiße. Aber der Sieg war schon fest eingeplant, ey. Jetzt fährt da so ein Quartaro vorne vor mir. Ich block den, ey. Ich block den. Shit. Der Sieg war echt fest eingeplant, Freunde. Jetzt sind wir in der letzten Runde. Boah, Quartaro kämpft auch anscheinend. Es sah auf jeden Fall so aus. Haha. Shit, ich muss den irgendwie überholen, ey. Irgendwie muss ich den überholen, ey. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das war nichts das Idealste. Das war auch scheiße. Wir würden halt nur durch den Sieg richtig rankommen, man kennt, ey. Und dafür brauchen wir unbedingt den ersten Platz, ey. Verdammte, was habe ich doch angestellt. Über eine Sekunde Vorsprung verspielt, ey. Nein, 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 nein. Ihr seht es schon. Schon am. Wow, jetzt sind wir sehr nah dran. Aber es sind nur noch zwei Kurven. Fuck, ich schaff's nicht mehr. Ich schaff's nicht mehr. Es ist nur noch eine Kurve. Hätte ich noch eine Runde gehabt, ey. Verdammte, Windschatten schaffen wir es auch nicht mehr. Oh Mann, ey. Wir haben den Sieg sowas von verschenkt, ey. Sowas von verschenkt, ey. Verdammt, ich ärgere mich so dermaßen, ey. Mist, ja, das passt auch zu dem... Ah, das passt gerade zu meinen Emotionen, ey. Ah, das ist bitter, ey. Der ist noch neunter geworden, ey. Boah. Guck mal eben kurz auf die Punkte zahlen. Wir haben nur noch 24 Punkte Rückstand. Ja, krass, ey. Wir gucken gleich mal im... Er konnte zwar heute nicht gewinnen, aber der zweite Platz in diesem Rennen ist dennoch ein großartiger Erfolg. Den Applaus seines Teams hat er sich redlich verdient. Ne, ich bin maßlos enttäuscht, Freunde. Ich bin maßlos enttäuscht. Alles andere als erster zu werden. In diesem Rennen ist das eine bittere Enttäuschung. Besonders, weil wir teilweise eineinhalb Sekunden Vorsprung hatten. Wow. Ja, ich bin mega enttäuscht. Wir gucken mal kurz bei uns... Sponsor? Bleiben wir mal im aktuellen Team. So, wir gucken mal kurz mal bei uns in die Kabine rein. Da haben wir nämlich etliche neue Helme. So, Helm. Hier. Da sind ja einige neu dazugekommen. Das sind teilweise richtig lustige Designs. Die geilen kommen natürlich erst ganz zum Schluss hier. Schade. Ich glaube, so einen ähnlichen halte ich mal selber. Ich glaube, ich nehme diesen mit dem roten, damit das nicht so mega langweilig ist. Stiefel, Handschuhe. Stiefel haben wir. Komm, wir nehmen mal die hier. Ne, die hier. Ansonsten können wir... Achso, ich glaube, hier können wir das... Ne, das ist hier der Name auf dem Arsch von uns. The Beast. Fahrräder vorgucken wir uns nochmal an. Ah, hier steht nix. Fahrstil. Können wir auch nochmal hier ändern. Okay. Ja, gut. Freunde, dann... Sehen wir uns beim nächsten Wochenende in... Ich weiß gar nicht wo. Lassen wir uns einfach in der nächsten Folge überraschen. Bis zum nächsten Mal. Soundsad. Okay. Vielen Dank.